Willkommen zu einem weiteren FASMO-Video mit Rame Ryo. Du musst dich vorstellen. Hi, achso, hi, ich bin Rame Ryo und ja, ich freue mich drauf. Ja, und zwar spielen wir gerade live auf Twitch, also checkt gerne seinen Twitch-Kanal ab. Und wir haben heute eine geile Challenge aus der Community gehört, die euch alle ganz süß Hallo sagen. Und zwar machen wir heute die No-English-Word-Challenge und wir dürfen nicht fluchen, wenn wir eines von den beiden Dingen machen, müssen wir so lange im Geisterhaus bleiben, bis der Geist ermittelt ist. Deswegen habe ich zum Einstieg jetzt mal Highschool gewählt, damit wir auch anfangs ein bisschen Möglichkeit haben, reinzukommen und zu fliehen. Später werden aber die Räumlichkeiten immer kleiner und enger werden. Let's go. Geile Challenge, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Dankeschön. 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 So. Machst du eigentlich auch YouTube? Hm, ne. Also, ich versuch's immer, aber von der Zeit reicht's irgendwie bei mir leider nicht. Ja, versteh ich. Ja, versteh ich. Das versteh ich. So. Also. Ab jetzt keine englischen Wörter mehr, wir sprechen ab sofort Hochdeutsch und fluchen nicht mehr. Okay. Die Batterie befindet sich unter der Treppe, die würde ich doch gleich einmal anmachen, wenn das denn genehm ist. Natürlich. Wir können auch Schwäbisch schwätzen. Oh ja, mach. Oh ja, stimmt. Du kommst ja auch Schwäbisch schwätzen. Du kommst ja aus meiner Nähe, gell? Ah, geil. Ein bisschen Schwäbisch schwätzen. Ah, das ist ja witzig. Das vergesse ich ja immer wieder. Ja komm, dann latscht man doch mal Richtung Heiß, Richtung Schule. Äh, dann zur Mittelschule würde ich sagen. Zur Mittelschule, los geht's. Was? Ich hab gesagt zur Heißenschule. Alles, wir machen jetzt erstmal die Batterie. Wo ist denn die nochmal? Ich hab Heißenschule gesagt. Oh ja, oh no. Oh Gottes Willen. Ich wollte schon was sagen. Ja, man muss echt aufpassen jetzt. Oh Gott, dass man eigentlich so viele englische Wörter benutzt, man fällt's eigentlich gar nicht auf, ne? Ja. Voll. Ich auch. Ich auch. Ich sag normalerweise so, oh helle, nein. Okay. Ja, ja, genau. So, Heizung ist an, ab jetzt können wir suchen. Okay, perfekt. So. Wir gucken erstmal unten alles durch. Sprich mal kurz, dass ich deine Lautstärke einstellen. Hallo, hallo, eins, zwei, drei. Ja, das ist doch super. So. Also, fuchen darf man auch nicht auf Schwäbisch? Äh, ne, gar nicht. Okay. Ein Telefon. Ist es oben, oder? Es läutet. Ist das oben? Wir sprechen, als hätten wir einen Stock im Arsch. Ist das oben? Ich glaub, das war hier oben, oder? Ich glaub, das war hier oben, oder? Ich glaub, das war oben, oder? Ich glaube, es war unten. Ich glaub, es war unten. Ich hab auch grad ne Tür zugehen hören. Ich weiß es nicht. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Das wird ja was. Gib uns ein Zeichen. Das war auf jeden Fall die Richtung hier. Hier. Äh. Hier, meinst du? Gib uns ein Zeichen. Oder halt oben. Über uns. Die Schule ist halt auch so riesengroß, ne? Ja. Gib uns ein Zeichen. Ich glaube, das war drin. Es war hier. Das war auf jeden Fall hier irgendwo. Gib uns ein Zeichen. Bitte. Gib uns ein Zeichen. Hast du Minus-Temperaturen? Nee, ich glaub, der ist tatsächlich über uns. Dann, dann geh ich mal hoch. Ja, ich komm mit. Gib uns ein Zeichen. Hm. Was, da war grad ein Minus? Wo? Bei dir hab ich auch Minus, weil ich da einen Stream laufen habe. Echt? Ja, da war Minus 5,7 oder so, deswegen. Ach du Heiligsblechle. Genau. Hä? Gib uns ein Zeichen. Oh, du hast anscheinend crazy gesagt. Bio. Hast du gerade crazy gesagt? Nee, ich hab Heiligsblechle gesagt. Okay. Hab ich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Hab ich verrückt auf Englisch gesagt? Ich weiß es nicht. Ich auch. Was? Ich hab auch, ach ich? Also das war's, oder? Wir müssen im Haus bleiben. Ja, scheiße. Dann kann ich auch Fluten ver... Toll, dann können wir den Geist ja gar nicht ermitteln. Wo ist denn der? Gib uns ein Zeichen, du Arsch. Mann. Weißt du den Namen von dem Geist? Äh, der heißt... Michael Wilson. Michael Wilson, gib uns ein Zeichen. Geben. Hat der? Nee, die ist immer noch an. Okay, wir dürfen nicht mehr raus. Es wird halt schwierig mit den Sachen, die wir jetzt haben. Gib uns ein Zeichen. So gebet uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Hm. Da war der wirklich unten, aber wo war denn minus fünf? Bist du oben eigentlich, oder bist du unten? Oben, aber da ist er nicht. Oh! Telefon! Telefon ist unten, weil ich bin oben. Okay. Arnie, da bist du. Hi. Hallo. So, wir haben die Challenge eh schon verloren, Leute. Wir haben uns beides eh schon gesagt. So, gib uns... Kannst du nicht sagen, oh hell no! Hell no! Actually, what's happening? Gib uns ein Zeichen. What's going on? Einfach alle englischen Wörter droppen. True, true. Gib uns ein Zeichen. FYI, der Geist ist irgendwo hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Kommst du bei die Telefone? Unglaublich. Tamara, grüß dich. Gib uns ein Zeichen. Bitte. Oh. 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 Hier. Hier. Oh, minus 11, ja. Minus 11. Okay, hier ist er. Hier ist die Sau. Was sagt's eben? F? Zwei. Ne? Hm. Hm. Ich sehe keine Erbs. Also. Hier hast du Minus Temperaturen, oder? Ja, auf jeden Fall. Gib uns ein Zeichen. Oh. Guck mal. Hast du Fingerabdrücke dabei? Ne, Mist. Ich hab ein Buch dabei nur. Oh nein. Dann leg das mal rein. Lauf. Mach alles aus, mach alles aus. Hey. Ok. Weit. So. Nein. 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 Scheiße! Oh nein, er hat das Buch nicht hingelegt. Wir sind am Ass. Oh je, okay. Ich glaube, das heißt Dad für alle. Aber ganz ehrlich, bevor ich jetzt drauf gehe, mache ich die Biege. Ich will nicht meine Sachen verlieren. Es war EMF. Ne, es war EMF, es war Gefrier und es war Fingerabdrücke. Es war ein Djinn. So. Ich sage einfach mal, es war ein Djinn. Oder ein Revenant. Aber mittlerweile sind andere Geister auch unfassbar schnell. Wir haben die Challenge nicht bestanden, Mann. Wir haben die Challenge nicht geschafft. Die Challenge ist nicht geschafft. Wir dürfen raus, wenn wir ein Geist tippen. Du hast Dad gesagt. Okay, ich habe jetzt Djinn ausgewählt. Oder Revenant. Wir müssten eigentlich echt, ist halt schwierig, wegen den Gegenständen. Es war ein Mimic. Es war ein Mimic. Oh man. Die Schule ist auch echt groß, ne? Ja. Ich dachte, ich nehme mal was. Mein Mann war Farmhaus. Und er war direkt hinter mir. Ja. Ganz wichtig, wenn der hantet, dann... Da ist ja Ramona von Rage, hat es nicht leicht mit uns. Was ist los mit dir, Ramona? Ramona sollte eigentlich mitspielen, aber chillt heute lieber auf der Couch. Schäbe dich. Nein, Spaß. Ist nicht so. Jetzt muss der Rio herhalten mit der ganzen Kacke. Ich glaube, wir haben alles, ne? Thermo, Videokruzifix, Geisterbuch, Kerze, Salz. Wenn man auf alles geht, dann geht das. Ich habe jetzt auf alles gedrückt, dann haben wir glaube ich alles, oder? Feuerzeug wäre halt wichtig. Ja, ist alles da. Bereit. Okay, perfekt. Okay, ab jetzt kein Englisch und kein Fluchen. Okay. Ich habe nämlich jetzt die perfekte Idee. So. Strange. Ich habe die perfekte Idee. Ich weiß, was wir jetzt tun. Okay. Was tun wir? Wir nehmen jetzt erstmal alles. Dann gehen wir ins Haus, droppen das. Oh nein! Was ist los? Ich habe droppen gesagt. Bring einfach alles mit, ohne irgendwas zu sagen und schmeiß die Sachen hier rein und dann geh nochmal raus und hol, dass wir alles hier haben. Weißt du, was ich meine? Okay. Und guck auch nochmal schnell auf die Karte und sag nichts mehr. Guck mal schnell auf die Karte, wo die Heizung ist. Sag mir das. Und dann holst du alles, was wir brauchen und schmeißt es hier vor die Tür. Okay. Okay. Ähm. Ähm. Die Heizung oder der Strom ist ganz links im Haus. Unten? Ich weiß aber nicht, wo das ist. Genau, ganz links unten. Okay, ich weiß wo. Dann bringen wir alle Gegenstände rein und schmeiß die dann einfach innen vor die Tür, also in die Tür rein, also dass drinnen ist. Und dann müssen wir nicht mehr rausfahren, dass einer von uns das sagt. Heizung ist jetzt an. Mann, ey. Was für ein... Check ist doch englisch, oder? Na, das ist ein deutsches Wort, glaube ich. Warum verstehst du? Na? Ich glaube, es ist deutsch. Wie sind solche Opfer, Alter? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Nicht sprechen, einfach nur reinschmeißen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Thermo wäre noch ganz gut. Gib uns ein Zeichen. Das ist die scheiße Challenge. Gib uns ein Zeichen. Bitte. Bitte, bitte gib mir ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gibst du mir ein Zeichen? Bitte. Bitte. Gib mir ein Zeichen. Hier. Gebt ihr alles drin? Oh, geil. Ist auch Thermo schon da? Ich hole die Album auch. Dein Pussy Album? Ah, geil. Okay, dann suche ich den jetzt mal. De, de, de. Gib uns ein Zeichen. Mathilda. Mathilda. Denn die will ja. Bist du da? Meine Sanity dropped. Ein paar Sanities kannst du auch gerne reinschmeißen. Ich brauche was. Ja, alles klar. Ich glaube, ich habe fast alles. Brauchen wir noch irgendetwas? Crucifix oder sowas? Nein, aber ich glaube, wir sollten nicht mehr kommunizieren. Gib uns ein Zeichen. Okay. Ist okay nicht eigentlich auch Englisch? Was, der Strom ist aus? Nein, oder? Sanity. Oh, verdammt. Sanity ist ja eigentlich auch Englisch, aber das habe nur ich gesagt. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ich habe alles. Ich habe deine Medikamente. Okay, geil. Warte, ich komme noch. Ich laufe noch einmal hin und her. Okay. Mann, ist das schwer. Okay. Ich glaube nämlich, dass er auch gleich nicht mehr raus kann. Okay. Kann sein, dass der Geist Strom ausgemacht hat, aber zeigt halt auch einfach gar nichts von sich, ne? Sanity droppt. Okay, ich glaube, du hast Sanity droppt gesagt. Ich glaube, du musst jetzt auch reinkommen. Echt? Ich habe extra Medikamentendose gesagt. Aber okay. Ich weiß es nicht. Vielleicht lügen die auch. Die lügen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Oh, fünf. Was? Aber okay, wir haben jetzt alles im Haus. Okay, super. Ich glaube, der ist hier oben im Flur. Oh, leck mich am Arsch. Ich dachte, man darf nicht fluchen. Äh, Lauf. Er huntet. Er huntet, Lauf! Oder? Ah, ne, das war nur eine Verarsche. Ich kann der Event. Ich darf fluchen. Ich darf fluchen. Ich darf eh nicht mehr raus. Achso, ja, ich auch nicht mehr. Ach, stimmt. Hier war doch irgendwo so wenig. Gib uns ein Zeichen. Wo kam denn der jetzt her? Hier, oder? Hier war es so kalt. Wo warst du? Ja, hier. Im F3? Guck mal hier, vielleicht liegt er auf dem Tisch oder so. Warum geht die nicht runter? Bist du hier? Sollen wir gehen? Bist du hier? Aber mein, mein... Haben wir schon irgendwas gefriert, dem Paddatum oder sowas? Nee, das geht gar nicht runter. Okay, komisch. Aber hier hatten wir jetzt auch EMF. Oder ist er hier im Klo? 7, hier. 3. Wer ist hier? Bist du hier? Sollen wir gehen? Bist du hier? Okay, er ist hier. Geisterbox. Er ist im Klo, okay. Also er ist hier im Flur. Achso, ich dachte, er ist auf dem Klo. Ich hole mal kurz noch was von unten. Ich schmeiße es einfach mal hier. Hast du die Geisterbox ausgemacht? Ja. Er hat ja schon geredet. Dann nehme ich das Buch und, ähm... Hä, wie mache ich denn die, die an, die Lampe? Oh, Herr, dann lege ich mal... Oh, man. Und, ja, wo ist Ohrenlady? Ähm... Ich glaube, wenn ich aber hier hinmache, müsste es klappen. Guck mal. Hier so hin. Ja. Er schmeißt die ganze Zeit was. Guck mal wegen EMF. Ich glaube, dass der uns ein EMF 5 geben könnte, eventuell. Okay, warte. Ich muss ja nur so hier Ohren aufsetzen, jetzt bin ich wieder da. Ich hole noch kurz hier von unten was. Geisterbuch. Warte, okay. Dann, wo habe ich das EMF in geschmitten? Schreib in das Buch. Ach, hier. Nein, nein, du musst alles ausmachen. Mach aus, Taschenlampe, alles aus. Oh, nein, Ryo. Don't leave me. Oh, nein. Ach, das ist aber... Oh, verdammt. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich passe. Ich habe gesagt, ich sage, es ist Spirit. Ich möchte nicht sterben. Ich muss jetzt raten. Ich sage, es ist Spirit, sage ich einfach. Alter, du hast ja keine Chance mehr dann. Ich will meine Sachen nicht verlieren. Wir haben kein Geld. Ups. War ein Polterscheiß. Wir müssen wirklich gucken, dass wir vielleicht am Anfang alles reinjobben, gar nichts sagen, alle Sanities reinballern und erst, wenn alles drin ist, dann sprechen wir. Okay, dann machen wir das so. Sobald es angeht, reden wir kein Wort und wir legen alles ins Haus. Ja. Das hört sich nach einem guten Plan an. Wir nehmen jetzt das Plan hier. Ich füge nochmal alles hinzu. Sounds like a plan, man. Hau nochmal alles auf Englisch raus, was du sagen willst. True, actually, F.I.Y. Voila, Krise. Voila, Krise vor allem. Voila, Krise. Droppen, Sanity Pin, Engine, Photo Apparat, Camera, Räucherstäbels, Salt, starke Taschenlamp, Videocamera, Stativ. Justiz. Einfach, einfach, einfach alles. Was ist LKW auf Englisch? Äh. Truck. Truck? Okay, dürfen wir auch nicht mehr sagen. Okay, wir sind jetzt einfach ruhig. Ab jetzt. die uns zeugheitlich überlegen haben all right we're here take a look at the equipment and prepare accordingly before starting was ist denn hier los what we're back Das Stativ und die Videokamera noch. Okay, jetzt hat er wieder okay gesagt, verdammt, okay, ich muss jetzt, bringst du noch die zwei Medikamente mit, dann haben wir glaube ich alles. Mann, das gibt es doch nicht, da sage ich ein Wort, das ist direkt schon wieder Englisch. Okay, ist eingedeutscht, nee, so, okay, kannst du ganz nochmal kurz gucken, ob eventuell wo die Temperatur ist, dass ich nachschauen kann, du darfst ja noch einmal raus, du hast ja noch nichts gesagt. Er hat doch auch okay gesagt, oder? Du hast doch gerade auch okay gesagt, oder? Ne, ich hab mal gut gesagt, oder? Doch, du musst rein. Oh, er hat dir was geschmissen, ich habe es genau gehört. Ich hab sie eh schon gefunden, hab jetzt so für beide nicht mehr raus. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Aber jetzt kann man ja sagen, okay, das ist echt eine schwierige Challenge. Ja. Weil du sagst automatisch immer okay. Ja. Keiner sagt mehr. Na gut. Ja. Oh, hier hat's drei. Fünf. Dann nehme ich mal ein EMF. Drei. Drei. Neun. Ich glaube, er ist im Bad. Im Bad. Okay. Oder hier. Gib uns ein Zeichen. Hier hat's vier. Vierzehn. Also, er ist irgendwo hier. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Also, hier hinten im Flur. Okay. Also, er muss irgendwo hier im Flur sein. Ja. Dann krieg ich einen Bereich. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Da können wir auch gleich das Ding hinstellen, oder? Gib uns ein Zeichen. Ja. Also, irgendwo hier muss er sein. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Oh, er ist hier. Sehr gut. Okay. Bist du... Gib uns ein Zeichen. Bitte. Wo? 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 Eben F5. Eben F5. Eben F5 und Geisterbox. Okay. Das heißt, wir könnten eigentlich schon mal was ausschließen. Äh, schreib in das Buch. Und sei nicht wütend, bitte. Genau. Sei lieb. Hm. Was haben wir denn noch? Was fehlt denn noch? Fingerabdrücke. Vielleicht kannst du mal kurz gucken. Wir haben keine Dots, ne? Gib uns ein Zeichen. Wie sind's noch Dots? Wir könnten mit der Camp. Warte, ich bin mal die Camp. Gib uns ein Zeichen. Was kann's denn noch sein? Es sind Zwillinge, Gespenste... Oh, er schreibt ins Buch! Er schreibt ins Buch! Er schreibt ins Buch! Uh! Das sieht ja geil aus. Es ist ein Spirit. Okay, nice. Dann können wir jetzt ein Foto machen. Vom Buch. Ähm... Cool, dann haben wir's ja. Nimmst du auch mal ne Sanity? Mhm. So, Geisterbuch. Spirit. Äh, was können wir denn sonst noch machen? Haben wir noch irgendwas dabei? Sonst nicht, ne? Kurzefix hätten wir gebraucht, aber dürfen wir ja nicht mehr holen. Das liegt hier drin. Oh. Hat er schon reingebissen? Nee. Aber das muss er, oder? Ich glaub... Nee, ich weiß es nicht mehr. Warte. Ich glaub, irgendwie müssen wir vielleicht abhalten oder so. Irgendwas war. Wir können uns auch noch den magischen Gegenstand suchen. Du meinst den Verfluchten? Mhm. Die magische Miesmuschel. Wir sind doch alle Taubernüsschen, oder? Mhm. Die magische Miesmuschel. Hm. Hast du schon deine Sanity genommen? Ja. Hast du? Ja. Spiegel? Wo war ein Spiegel? Im Flur? Hä? Den sieht man halt gar nicht. Wo? Wo? Ah, hier. Nee, das war doch der. Unten. Im Flur. Unden. Anderer Flur. Oh, da schon wieder. Ja. Okay, ich hab den Spiegel. Nichts wie raus aus dem Haus, oder? Lass mal reinglotzen. Wo? Wo? In den Spiegel. Wo denn? Oben. Komm mal hoch. Ist das gruselig. Ist richtig gruselig. Magst du auch mal reinglotzen? Ja. Komm mal her. Ja. Wie mach ich das? Musst du ihn aufheben? Genau, du musst ihn aufheben. Einen Slot freimachen. Oh, hartet der gerade. Oh, der hantet. Licht aus. Licht aus. Licht aus. Und ruhig sein. Mach den Spiegel weg. Mach den Spiegel weg. Mach den Spiegel weg. Auf geh. Mach den Spiegel weg. Komm on. Wieso immer mehr? Ach so, man darf den Spiegel nicht wegschmeißen. Ist das so? Darf man den nicht wegschmeißen? Wirklich? Darf man den nicht wegschmeißen? Ach so, der kann doch zerbrechen, wenn ich zu lange reinschauen. Also Rio, wir müssen jetzt mal beide überleben. Spirit. Es ist ein Spirit. Und darf ihn nicht mit rausnehmen? Das ist mir egal. Ich bin nicht schuld. Ich habe zu lange reingeschaut. Ach, du hast schon reingeschaut? Nee, ich habe nicht reingeschaut gehabt. Aber die haben gemeint, wenn man zu lange reinguckt, dann hantet er. Genau. So, komm. Ich habe nicht reingucken können. Wir finden dir nochmal einen. Also zu lange da war. Jetzt musst du aber mal überleben. Jetzt habe ich überlebt, dann schaffen wir es. Okay. Aber wir haben den Glück herausgefordert. Wir hätten ja eigentlich überlebt, ne? Ja. Du wolltest schon mit der Gefahr spielen. Nein, ich wollte dir einfach nur was zeigen. Guck mal in den Spiegel, dann bist du tot. Nein, ich finde, du warst jetzt alt genug, um das mal kennenzulernen. Okay. So, Videokamera. Ja. Okay. Wir machen es jetzt so. Wir nehmen jetzt alle Sanity-Pillen rein. Wir brauchen vier. Unbedingt. Wir sprechen jetzt. Ich rede jetzt aber nicht. Genau. Let's go. Oh, ab jetzt nicht mehr. Du hast etwas gesagt. Nee, ich habe nichts gesagt. Ich darf es wiederholen. Du hast Follows gesagt. Oh, Herr. Oh. Oh, nein. Oh, nein und wir wollen ja doch das drehen wollten. Ich habe folgere, sage ich- danke fürs folgen. Boden, das ist wirklich nationalism. Dann nehm ich dir nicht gut. Dann nehm ich dir nicht. Dann nehm ich dir nicht. Ich sage dir gleich, wo sich die Heizung befindet. Die Heizung befindet sich, wenn du geradeaus weiter gehst. Nein, das ist falsch, korrekt. Ich glaube schon. Sie sollten sich ein Medikament verabreichen. Ich werde es mir einverleihen. Ich glaube, ich habe es geschafft. Okay. Oh Mann! Oh nein! Das gibt es doch nicht. Okay, komm ich jetzt runter. So. Okay, warte. Ich nehme noch ein paar Sachen mit. Ja. Gib uns ein Zeichen, bist du da? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wo war das genau? Oh, ich glaube schon. Er hat gerade was geschmissen, oder? Hier war das. Hier war das. Guck mal. Das war in dem Bereich hier. Gib uns ein Zeichen. Ja, hier. Oh. Bist du hier? In dem Raum? Hier. Oh, Geisterbox. 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 Ich hole mal kurz den Fingerabdrücke. Wir können nicht nach Orbs gucken, gell? Doch, wenn du die Kamera an der Hand hältst und den Modus anmacht und es deine Taschenlampe ausmachst, siehst du es. Okay, ich habe jetzt nochmal Taschenlampe. Kann ich mich nehmen? Ja. Ne, okay ist ja eigentlich auch eher englisch. Wir sind ganz streng. Oh, was ist denn das Gruseliges? Oh. Was war denn das Gruseliges? Gib uns ein Zeichen. Der hat gerade die Lampe rot flackern lassen. Gib uns ein Zeichen. Ih, was war denn das? Gib uns ein Zeichen. Geist, gib uns ein Zeichen. Was war denn das gerade? Mach du Heiligsbluten. Gib uns ein Zeichen. Der hat gerade das Licht angemacht und rot flackern lassen. Oh. Aber, oh Gott. Gib uns ein Zeichen. Ja. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Gib uns ein Zeichen. Tatsche etwas. Berühre etwas. Geist, gib uns ein Zeichen. Schreib in das Buch. Schreib ins Büchle. Schreib ins Büchle. Gib uns ein Zeichen. Gefriertemperatur haben wir auch, gell? Gefriertemperatur und Geisterbox hatten wir jetzt, ne? Geisterbox und Gefriertemperatur. Dann kann es nur noch Onrio, Zwillinge oder Mimic sein. Lass mal kurz hochgehen und Sanities nehmen. Helper, was war denn das mit dem roten Licht? Wir müssen jetzt halt nach... Wir müssen jetzt mal kurz gucken, was wir brauchen würden. Kamera dabei um Fotos zu machen. Ja. Habe ich reingeschmissen vor dir. Ach, hier. Das waren Ghost Events. Sau cool. Also Gefrier haben wir. Ich gehe nochmal alleine runter. Okay. So, wir haben uns eh schon alles... Wir haben eh schon beide aus dem Englisch gesprochen, Leute. Ja. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Alles klar, André. Hab einen schönen Tag. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. So, ich guck jetzt mal kurz, was es sein könnte. Onrio. Onrio wäre Geister Orb. Zwillinge wäre EMF. Und Mimic wäre Fingerabdrücke und Geister... Okay. Ähm. Geister Orbs können es sein. Fingerabdrücke. Wir haben Orbs, wir haben Orbs, wir haben Orbs. Könnte aber trotzdem noch ein Mimic sein. Okay. Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt Onrio. Ja. Aber es könnte trotzdem Mimic sein, weil der macht ja eine nach. Deswegen gucken wir noch, ob wir Fingerabdrücke oder EMF haben. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Hast du die Sachen für Fingerabdrücke unten? Hast du die Sachen für Fingerabdrücke unten? Äh. Guck mal kurz. Ich nehm auch noch... Hast du die Sanity genommen? Ich nehm auch noch mal eine Sanity. Hier ist noch eine. Und alles andere haben wir glaube ich unten, ne? Genau. Also wir können dann eigentlich... Warte mal. Onrio können wir doch dann eigentlich ausschließen, oder? Ne. Also wenn wir Geister-Obs, Geister-Box und Gefährt-Temperatur haben, dann haben wir Onrio. Und wer ist ein Onrio? Aber wir können Zwillinge glaube ich ausschließen. Genau. Es könnte halt Mimic sein, weil er es halt nachmachen kann. Genau. Zwillinge können wir also ausschließen. Können wir die nicht durchstreichen. Aber wir können Geister, EMF können wir durchstreichen. Das heißt, Onrio oder Mimic? Mimic braucht eigentlich noch, falls es einer ist, äh, Fingerabdrücke. Okay. Das heißt, ich guck nochmal nach Fingerabdrücken. Also brauchen wir ein Geister-Obs? Und wir können... Du kannst auch gern schon mal die Kerze und das Feuerzeug mitnehmen, weil das müssen wir auch noch machen. Dass er die unten auspustet. Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen! So, mach mal die Kerze. Genau, mach die mal an auch. Gib uns ein Zeichen! Ja. Müsste eigentlich auspusten. Ich komm gleich. Bleib mal kurz hier. Dann hol ich kurz nochmal die Räucherstäbchen. Das müssen wir auch machen. Alles klar. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Onrio, Leute. Wo ist denn das Feuerzeug... äh, wo ist denn das Räucherstäbchen? Ja, das wäre eigentlich auch mal nicht schlecht. Das Feuerzeug habe ich. Genau, aber Räucherstäbchen, die habe ich ja auch reingeschmissen. Müsste doch noch liegen. Find ich grad irgendwie nicht. Ja? Guck mal, ob es vielleicht ein bisschen aus... äh, ein bisschen ausmordet oder so. Okay. Aber warte, ich mache auch noch ganz kurz mal hier das Kruzifix hin, falls der handen will. Okay. Hier hat der Geist weggeraucht, ich glaube auch. Guck dir die Kerze aus. So, wo ist das jetzt? Ah, hier. Also ich bin da... Hast du's? Ja. Guck dir das Feuerzeug kennen? Ja, warte. Das Geister-Event. Ah. Oder? Ja. Ja. Ich weiß es, wer hat das Ding angegangen. Hier kannst du das vielleicht anschauen. Oh je, Mini. Räucherst du? Ich bin weggelaufen. Das war nur ein Event. Achso, okay. Kannst du räuchern? Ja, ich räuchere. Ja, ich räuchere. Ich räuchere das. Gut. Ich räuchere sie aus. Genau. Sehr gut. Ich glaube, es ist kein Mimik. Er macht gar nichts. Ich glaube, es ist ein Ding tatsächlich, ne? Ja, ein Onryo. Ein Oreo. Achso, ich muss das Ding erst hinschmeißen, ne? Ja. Nee, nee. Du musst es einfach in der Hand haben und dann, genau. Jetzt nimmst du in die Hand und lauf durch die Gegend. Dann räuchern wir den aus. Dann hantet der auch erstmal nicht. Ich glaube, der ist hier im Flur tatsächlich. Genau. Komm her. Ich räuchere dich aus. Also, ich glaube, es ist ein Onryo. Ganz ehrlich. Ja. Vielleicht seht's schon. Ich glaube, wir haben schon ausgeräuchert. Ja, und noch ein Foto von dem Kopf machen. Hast du die Fotokamera? Keiner kämpft zum... Ähm. Achso, ich habe sie nicht gefunden. Achso, Mist. Dann habe ich sie nicht mitgebracht. Okay. Hier auf Magic. Dankeschön. Dann gehen wir. Oh, mein Gott. Kann ich doch nicht, dass ich überlebt habe? Yes. Wir haben überlebt. Jetzt muss es nur noch stimmen. Dann haben wir die Challenge geschafft. Naja, eigentlich haben wir es nicht einmal geschafft, nicht direkt in einem von 5 Sekunden rauszufliegen. Aber hast du eingetragen? Warte, warte. Ähm. Ja, habe ich. Andréo. Aber ist auch echt schwierig, kein englisches Wort zu sagen. Jaa! Bitte 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 bitte. Ja, es war ein Onryo. Yes! Oh mein Gott. Geil. Handy ist alles gut, würde ich sagen. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Wenn euch diese Challenge gefallen hat, lasst ganz viel Daumen nach oben. Da schreibt weitere Challenges in die Kommentare. Wenn wir sie nochmal machen sollen mit mehr Leuten. Dann schreibt sie gerne in die Kommentare, weil dann sind wir richtig am ... Checkt auf jeden Fall gerne Rio ab. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz viel Liebe an dich. Und was sagen die Schwabe immer? Ade? Mit E? Ade war schön. Ja! Das war's für heute.